Freunde und somit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute filmen wir Rocket vs. K in Russland. Nein, in Cyberpunk-Style, Freunde. Sieht übel geil aus. Manche von euch haben das vielleicht schon im Stream gesehen, da haben wir es angefangen zu bauen. Also wir. Ich stand nur rum und hab's geguckt. Mit der Deking, was möchten Sie? Ich hab eine Frage. Ja, dann frag doch. Das war meine Frage. Ja, besser ist, Digga. Mit der Maisjagd, C-O-D-Y-I. Genau, und das bin ich, der dir dann meinen Arsch zackt. Und wie ihr schon gesehen habt, Freunde, Capital brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr. Ist auch am Start. Abwärts haben wir den Brasack extra für Felserke mit der Lange. Digga, sagt das nicht, das ist Geschäftsidee, Digga. Guckt safe unsere Videos. Okay, Freunde. Rocket vs. K, ihr wisst, wir legen los. Let's go. Gebaut von Toxic, by the way. Kuss. Das ist, glaub ich, Randon. Ja, ist es? Wow, was eine Mäh. Ohlum, ich sterbe. Ohlum. Geht schon los? Hä, kennst du dich, Ohlum? Hä, was machst du hier? Ich weiß noch gar nicht mehr gegen Winkel im Tempo. Ich hab... Hab ich grad einen Double-Kill gemacht? Ich hab einen Double-Kill gemacht! Hä? Was? Was hast du damit? Danke fürs Zuschauen, Leute. Das war's? Digga, ich bin in die Luft gesprungen und hab einen Double-Kill. Ich hab D-King und Young Cody gekillt. Aber ich bin auch Fahrer. Warte mal, wart ihr drei Fahrer? Ja. Ja. Ja, ich bin alleine! Nein! Jemand ist doch hier! Ich bin Fahrer. Okay, komm D-King! Boah, warum nicht? Ich hab die 8! Was ist das? Hä, wo bist du? Oh mein Gott, wer kommt mit dem Raketenwerfer? Bootsbah! Ich leb noch, ich leb noch. Alles gut, Digga. Bootsbah! Ich leb noch, alles gut, Digga. Aus Versehen auf Ahmed geschossen gerade. Ich steck fest, Jungs! Ich steck fest! Nein, 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 ich hab richtig args... Ah! Digga, es ist so schwer zu treffen. Dann Cody steckt fest. Das nutzen wir direkt mal. Oh mein Gott. D-King, komm. Oha! Oha! Alles easy, ich habe auch nur noch sieben. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin runtergelaufen. Ähm, Kicklave? Ich bin runtergelaufen. Statement? Dicken wir jetzt so weggesnipe, Digga. Oh mein Gott. Er hat ein Auto. Ja, er trefft den nicht, Digga. Der hat echt ein Auto? Guck, wie ich dich hol. Guck, wie ich dich jetzt so weggesnipe, Digga, No-Scope-Basis. Oh, intense, intense. Guck jetzt. Ohne scopen. Sehr gut getroffen. Was redest du? Ich schläft noch. Ja, das juckt aber nicht. Wieso ist das nicht kaputt gegangen, Digga? Es hat schon gebrannt. Gebrannt? Bats! Dicken, ich krieg dich. Brauchst gar nicht weiterreden. Brauchst gar nicht weiterreden. Komm, wechsel wieder dein Auto, Digga. Wechsel wieder dein Auto. Oh, da hast du fast gewählt. Ah! Hast du gesehen, wie ich dich getötet hab? Ich wurde noch nie so hart getötet. Ihr wisst schon. Was? Was war das? Hast du gesehen? Digga, das geht in die Geschichte ein. Dicking, du hast mal was gut gemacht in deinem Leben. Oh, eins gegen drei. Dicking. Pupf! Und Runde vorbei. Digga, was warst du denn? Ey, warum sind wir manchmal drei gegen eins, manchmal zwei gegen zwei, Digga? Das ist richtig random. So, alle haben Spaß. Ey! Achso! Jungs, tut mal. Gegen André. Komm, Digga. Ich bin ready, Bro. Achmed, mach Trickshot. Ja, ja, Bruder. Ich bin ready, Digga! Oh! André, bist du? Ihr dürft aber nicht Auto wechseln. So. Okay. Ohne Auto wechseln. Mit Auto wechseln. Oh, dankeschön an Jan Cody für den Safe, Digga. Bro, das war gewollt. War gewollt. Ja, ja. Ich merk, ich merk. André, Brind. Danke an Dicking für den Safe. Was geht, André? Geh mal weg von mir! Was geht, André? Wenn du mir keiner andere holen kann, Digga. Ja, du Otto! Dicking, kannst du Passajajin geworden auf einmal. Ich hab richtig Angst. Aber es läuft gut, Digga, muss ich sagen. Oh! Oh, ich bin geduckt! Komm jetzt aber! Ach, Digga, du hast nen Teammate, Digga. Nein! Ach, Digga, wer hat mich gepackt? Ja, Alter, ich hab nicht, ob du bist, Alter. Ey, das war nicht schlecht, Digga. Gib mal ein bisschen Drops, Digga, Jungs, Mann. Du bist voll scheiße. Okay, ich würd' jetzt gerne mal wieder ein 2 gegen 2 machen, wenn's geht. Hey? André, wie weit ist es in dem Team? Ich bin in einem Auto. Oh, ich bin Auto. Okay. Dicking. Ja, nice. 2 gegen 2. Let's go. Easy, Digga. Stopp! Stopp! Oh, shit! Oh, shit! Pass auf, wer kommt zurück? Jungs, was los? Alles gut, André? Digga, ich war grad in der Schleife gefangen. Aber die war wild, die Schleife. Eine wunderschöne Map, muss ich sagen. Sieht übel nice aus. Okay. Wir müssen ein bisschen mehr Features einbauen als Fahrer, dass man so ein bisschen andere Sachen machen kann. Vielleicht so Rifts, wo man dann von oben wieder runterkommt oder so ein Shit. Oha! Habt ihr gesehen? Ich hab was Wildes rausgefunden. Digging, guck. Okay, ich hab verkackt. Vorführungseffekt, Freunde. Jeder kennt ihn. Oha! Der geht schon wieder mit dem unnützigen Trick, den keiner kennt. Guck jetzt! Geht mit. Bruder, ich hasse diese Scheiß-Bout-Fans, Alter. Man sprüht die ganze Zeit hin und her mit dem Auto. Ja, es ist voll geil. Übel schwer da auszuweichen. Ah! Ach, Digga. Ah! Okay, Junge, alles gut. Ah! Ah! Ich bin... Warum Wett... Ah! Digga, du wolltest grad mucken mit dem Kassiskawa. Geil. Ich wollte aber auch grad mucken. Hab dann so einen Shot kassiert, Digga. Ich hab dich mit dem Welch. Wie ich Ahmed und André getötet hab, getötet. Ja, ich bin auch hin und her gebounced die ganze Zeit. Aber er hat mich in der Luft getroffen, Digga. Das war schon wild. Okay. Wo bin ich jetzt? Nochmal Auto. Ah, Ahmed, was geht? Wieder mit Daking. Oh! Hey! Oh mein Gott! Sag nicht Double Kill! Digga. Jan-Cody sagt, wie... Wie war die Runde für dich so? Ich bin da! Ich bin da! Aber doch nicht mehr! Aber doch nicht mehr! Ah! Ich bin schon für eine Sekunde, sagst du? Ich will nicht das spielen! Aber das feiere ich an dem Modus, Freunde, dass man so schnelle Runden macht. Das ist immer wieder fresh. Verschiedene Teams und so ein Kramp. Mann, ich will doch einmal nur dazu, Ahmed, und ihn einmal anfahren, Digga. Darf ich bitte? Nein! Der ist tot. Ah! Digga, ich mach gar nichts! Daking ist... Digga, das ist dein Modus, Daking. Ich schwör. AMG-Modus, Digga. AMG ist das Runner. Er muss seinen Ruf verteidigen, Digga. Das Auto passt nicht immer dem Fahrer, also. Ich schwör. Oh, jetzt beginn ich. Let's go. Okay, Daking wird dafür jetzt auch rausgenockt, Digga. Raus! Weg mit euch! Raus! Oah! Weg mit dir! Hä? Du warst auf einmal Dings Hike, Digga. Ich bin gegen dich gefahren, nichts ist passiert. Ey, ich hab... Ich bin drauf gespuckt. Du schießt direkt raus. Achso. Weil du Kacke bist. Bist du raus? Ja! Hä? Was war das? Ey, hör auf mit diesem Scheißdreck! Okay, pass auf! Komm mal jetzt, wie ich euch nehm. Ja! Pass mal auf! Digga, du darfst echt nix sagen, Digga. Immer wenn du was sagst. Okay. Schlafen! Okay. Ey, ich will jetzt auch mal wieder schießen, bitte. Tyga! Da! Bamb! Babidi, 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 Babidi. Die, weil die das macht... Oh, hier! Ja, man muss den richtig machen. Oh, Daking, Daking! Ich rede nicht mehr, ja? Ich will nichts sagen dazu, wie hart ich Dicke in die Ehre genommen habe. Bruder, das war... Du hast bei dem beendet. Ach mit kranke Taktik. Du musst mit Raketenwehr verschießen und dann direkt aufs Sniper wechseln. Bam, bam. Hat zwar verkackt, aber... Komm, 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 komm. Es brennt. Wer wusste? Hä? Er ist verschwunden, Dicke. Hä? Das Auto macht kranke Geräusche. Such ihn. Er ist versteckt. Bring ihn unter, den wir überleben. Nein! Hä? Er rennt, er rennt, André, er rennt. Wo? Ich bin Mörder. Link, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Du bist so blind, André. Junge, du bist dieser Hund, der sich in seinen eigenen Schwanz beißt, Dicke. Gerade gewesen. Ich habe ihn und schieße dich selbst ab, Dicke. Was findest du hier, Dicke? Was war das für eine Taktik, Dicke? Ey, wir wollen auf einmal Boxkampf machen, Dicke. Okay, Amen. Oh, shit. Wo fliegst du denn hin? Bleib mal genau so stehen. Du kannst du. Ja, okay. Ich habe mein Wort gehalten, Dicke. Geh mal weg mit deinem gelben Arm, Dicke. Dicke hat echt ein gelbes Auto gerade. Es hat echt funktioniert, Dicke. Nicht dein Ernst. Ahmed, wo warst du? Doch, Klopp. Dicke gehen einfach auf Toilette. Und Klopp hat länger überlebt als ich sogar. Ich habe noch nicht abgewischt, Dicke. Du bist falsch. Okay, komm. Okay. Ah, deswegen ist es 3 gegen 1 manchmal. Okay, Jami. Time to shine, Dicke. Deine Runde, Bro. Bruder, Bruder. Bruder, ey. Was machst du da? Dicke, der Arme. Ja, nicht mehr lange. Ja, Bruder, wie viele Autos hier kommen. Oh. Ey. Digga, Dicke hat dieses Ding durchgespielt. Hast du nicht getan. Sein Auto war so nah, dass ich euch... Der Dicke hat das durchgespielt. Er springt die ganze Zeit hin und her, Dicke. Eine Schussrunde noch, dann bin ich glücklich. Ach so, aber am besten nicht 1 gegen 3, Dicke. Geh, Bro. Gehen Sie weg von mir. Digga, Ahmed ist eh abwischen gegangen. Ist er nicht? Ja. Scheiße. Digga, Jungs, was los? Wurde ich Stress? Wurde ich Stress? Was? Was los? Der Arme ins Kopf guckt einfach raus. Weg! Roter! Nein! Roter! Er lebt noch! Ich lebt noch! Nein! Ey! Digga, 1 gegen 3 ist echt nicht möglich, Digga. Oder, ne? Ich will 1 gegen 2, kommt schon. Wett jetzt wieder 1 gegen 3 gegen Jarmin, weil das ist irgendwie die ganze Zeit so. Dicke, schnipp! Äh, first try! Hä? Woher guckst du? Dicke, schnipp! First try! Aua! Sei doch nicht so, Dicke. Achso! Oh mein Gott, Digga, du hast so ein Glück, Dicke. Flech! Flech! Junge! Junge! Das ist mein Trick. Das ist mein Trick. Hier, komm! Komm! Nein! Komm her, Dicke. Oh mein Gott, Dicke hat sich selbst gekillt, Digga. Okay, Dicke ist schon mal raus. Easy. Hab ich jetzt. Ich klappe. Okay, wir müssen zusammenfahren. Oh, wild, wild. Ey, Kiel beimst einen Schuss noch, sein Auto ist laut. Ey! Er hat ihn jetzt. Und raus! Ich hab ihn, ich hab ihn. Okay. Nein! Aua, das sieht schlecht für dich aus, Digga. Oh, er macht die Tricks. Guck mal, ey. Ich mach auch sogar so. Oha, du hast zwei... Oh mein Gott! Wenn euch das Ganze gefallen hat, immer gerne ein Like da lassen. Ich liebe dieses Format oder was auch immer das ist. Das macht übel Spaß, weil die Runden so mega schnell sind. Und nie eine Runde ist nicht wie die gleiche. Deswegen immer gerne abchecken. Credit Codes von den Jungs. Wir sehen uns morgen. Ciao!